So. Erneut stellen wir uns unseren Ängsten heute ohne Knopfmikrofon. Ohne Knopfmikrofon. Da fühlt man sich schon mal ein bisschen freier. Man fühlt sich auch freier, wenn man so ein schönes Shirt trägt. Ein Gelb von NX-T-Shirt. Ja, das ist gerade das erste Mal vor laufender Kamera. Ich weiß nicht, sieht man das? In der Kamera? Ja. Das sieht man wunderbar in der Kamera. Das sieht geil aus, ne? Das ist ein schönes Shirt. Hatten wir übrigens auch auf der Gamescom an. Haben wir uns extra für die Gamescom gemacht. Ja. Also wenn wir das nächste Mal 2013 auf der Gamescom sind, können wir uns erkennen an diesen T-Shirts. Ja, an diesen schönen Shirts. Die dann wahrscheinlich auch noch die gleichen sind. Ne, bis dahin sind die voll mit Unterschriften von Präsidenten. Ja. Weil die uns lieben. Okay, fangen wir einfach mal an. Wir beschäftigen uns heute mit einem Spiel, das wir letztes Mal erwähnt haben. Das haben wir schon angesprochen, dass wir da schon gefällt sind. Aber wir probieren es jetzt einfach mal frei Schnauze nochmal. Witch für alle, die es das letzte Mal nicht geschaut haben. Und zwar mit W-H-I-C-H. Ja, also nicht wie die Hexe geschrieben, sondern Witch, Witch halt, ne? Wie der Umnummer-Eigenblende. So, auch wieder free to play. Also ihr könnt es dann auch selbst spielen und downloaden. So, und jetzt mal stürzen wir uns direkt in den Hopp. Ich hab mega Schiss. Nimmst du auf? Ja. Ah, nee. Ich nehme jetzt auf. Ach, nein. Ich nehme immer noch nicht auf. So, ähm, ja. Alle Programme laufen jetzt. Und dann fangen wir jetzt an. Okay, jetzt hab ich Sound. Ich hatte gerade irgendwie nur Sound auf dem linken Ohr und sowas verwenden. Ja, der Kopfhörer hat ein bisschen Wackelkontakt. Ja, also wie ihr seht, unser Equipment ist das beste Equipment der Welt. Ja, wir haben immer gutes, oh, jetzt, jetzt, oh, das macht mich fertig. Okay, wir haben es ja, wie gesagt, schon mal kurz angespielt. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich die ersten zwei Minuten nicht mehr allzu sehr erschrecken, weil wir schon wissen, was es tut. Ja, also, aber wirklich, wir haben, wir sind nur ein paar Meter gelaufen und weiter sind wir nicht gekommen, weil wir dumm sind. Aber wie gesagt, wir versuchen es nochmal. Okay. Oh, mich macht nur dieser Herzschlag so fertig. Ja, das stimmt. Ja, das hab ich. Du bist voller Creep, ey. Du kommst in ein fremdes Haus und durchwühlst erstmal die Küche. Ich bin halt ein... Ich frag mich nur, wie groß das Haus ist. Das werden wir dann auch gleich rausfinden. Hier ist übrigens eine Tür mit Herz. Boah, Alter, ich hab irgendwie echt mega schiss. Ah, ein Schlüssel. Schlüsselchen mitnehmen. Gehen wir zu der Tür, oder? Schlüssel. Ach, das ist der, der reinfällt. Ja. Jetzt hast du gespoilert. Um zwei Sekunden. Ja, so weit haben wir es eigentlich schon. Gehen wir aufs Klo. Und jetzt wird er im Stehen. Jetzt wird's blind. Jetzt wird's, jetzt wird's blind, ja. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich so gut wie im Arsch. Okay, aber jetzt hab ich Schiss. Geben bitte mal die Treppe hoch, ich... Irgendwie macht die Funk-Tastatur grad nicht so mit, wie sie soll. Nein? Ja, jetzt. Es ist nicht so schlimm, weil wenn ein Dino kommt und uns fressen will, dann... So wie in 1916. Oh, jetzt haben wir auch da gespoilert für alle, die nicht gesehen haben. Alter. Mach mal auf, bitte. Ah, da ist was drin. Ja, guck, guck erst mal das an der Wand. Ich mach jetzt erst mal die Schränke auf. Geschränke! 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 Geschränke, Geschränke! Alter. Also Männchen plus Schlüssel. Schlüssel ist offene Tür, ist aber nicht Schlüssel und zwei Männchen. Ah ja. Haben wir... Oder heißt es, dass eine Tür nicht ein Schlüssel ist? Schau mal bitte aus dem Fenster. Oh, der wird sicher etwas sein. Okay, er ist abgesperrt. Weißt du das? Geben wir zurück. Alter, dieses Atmen macht mich übelst fertig. Aber das ist nur auf dem Ohr, das ist hinter der Tür, ne? Da ist jemand. Alter. Alter. Geben wir bitte nochmal da rein, da muss ja irgendwas sein. Hier haben wir schon das letzte Mal gehangen. Ah, da. Ist nicht dein Ernst, oder? Hast du das gesehen? Da ist ein Zwei drauf. Wir haben letztes Mal gehangen, weil wir diese Schlüssel nicht gefunden haben. Wo? Der hing jetzt? Hier hängen wir. Ah. Alter, jetzt gibt's die Zwei. Schön, wenn man... Das ist... Dann ist sehr intelligent, wenn man versucht ein Rätsel zu lösen und der... Der Schlüssel hängt einfach über dem Fenster. Ich hab keinen Bock die Tür zwei zu öffnen, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass du's machst. Alter. Alter! Das ist hier wieder zu. Ich will da nicht rein. Da steht jemand. Geh mir in die Küche. Komm, wir gehen hin. Alter. Da steht jemand. Ich will da nicht rein, unbedingt. Guck mal her, du gehst jetzt mit dem Finger auf S und läufst zurück. Da steht ein Scheiß-Typ. Ohne Kopf. Alter. Aaaaaaah! Nein! Die versucht mir einen Schlüssel anzudrehen. Ich versucht uns einen Schlüssel anzudrehen. Die zeigt an die Wand. Die zeigt an die Wand. Schlüssel ist Kopf weniger. Aaaaaah! Oh! Verpiss dich, ***! Ich hab geschrien, aber alle im Haus schlafen. Hau sie tot! Hau sie tot! Uah! ****! Ich weiß, was das sollte ich mir kallen. ****! Er hat **** gesagt! Dreh dich nicht um! Ich hab Schiss davon. Alter! Also ein Schlüssel ist jemand ohne Herz. Also kriegst du, wenn du jemand ohne Herz bist? Ich hab so mega Schiss gerade. Ich hab überhaupt keinen Bock, mich jetzt irgendwie noch umzudrehen. Überhaupt. Vor allem der Kopf ist dann folglich in der letzten Tür. Alter! Ja, wo ist das Herz? Das muss in dieser Tür sein, wo unten das Herz drauf ist. Okay. Das Herz in der Herztür? Ey! Alter! Das ist diesmal wirklich ein bisschen Horror im Gegensatz zu Jurassic Park in der letzten Folge. Alter! Alter! Ich bin mega froh, dass du grad spielst. Wie einfach gedummt an diesen scheiß Schrank rangehen! Ich hab keinen Bock! Vielleicht kommt jetzt ein Dino raus! Das machst jetzt bitte du, okay? Halt die Fresse! Ich trau mich nicht! Mach du das jetzt! Du gehst jetzt schön dahin, machst alle Schränke auf, drehst dich um und gehst in die nächste Tür. Ich hab da mega Angst vor... Hat die uns eigentlich einen Schlüssel gegeben? Ja, die hat uns einen Schlüssel... Oder? Hat die uns einen Schlüssel gegeben? Haben wir einen Inventar? Ne, haben wir nicht. Aber doch, natürlich! Wir können jetzt in die dritte Tür rein, sonst macht's ja keinen Sinn, dass wir hier waren. Alter! Bitte, warte mal ganz kurz, nehmen wir auf! Wir nehmen auf! Ich hatte grad ein bisschen Panik, dass wir nicht aufnehmen. Mach bitte noch den Schrank auf! Ich will die nächste Tür nicht aufmachen! Dann mach ich den Schrank auf und du die Tür! Ich hab alle Schränke schon aufgemacht! Ich hab mega... Da ist doch noch einer! Da ist keiner mehr! Natürlich, du dummer Idiot! Nenn mich nicht dummer Idiot, Alter! Ich hab mega Angst, dass da dann jetzt der Kopf drin liegt oder so! Ich hab mega Angst, dass ich mich umdreh und diese dumme Fosse... Ich hab's gesagt, du nicht! Ich bin... Wie er im Flur steht! Ja, ich hab da auch voll Angst! Ne, aber ich glaub nicht, dass sie jetzt im Flur steht, weil wir müssen erst zur dritten Tür! Du machst das jetzt mal bitte! Ja, ich geh in den Flur! Guck mir, ich bin jetzt Hardcore und geh in den... Ich bin... Siehst du eigentlich wie männlich ich bin? Ich geh in den Flur und jetzt bist du dran! Ja, bitte weiter! Alter, ich hab da so Schiss vor! Hiiii! Wir haben keinen Schlüssel! Wir haben keinen Schlüssel! Das ist ein Problem! Wir müssen wieder runter! Alter! Jetzt hab ich Angst! Diese Schlampe ohne Kopf! Normalerweise sind's immer kleine Mädchen in Horrorspielen, aber... Jetzt ist er nur eine Frau! Du bist dran! Die hat aber auch mega Vorderbau! Die hat ordentlich Titten, ne? Alter! Wollen wir wieder hoch in die Drei? Zwei! Alter! Ich will das nicht! Sie ist da! Sie ist nicht da! Sie ist da! Sie ist da! Sie ist nicht da! Sie ist da! Sie ist nicht da! Komm, lauf hin! Lauf hin! Ich will da nicht hin! Was, wenn sie uns weh tut? Lauf hin! Ich hab grad mega Schiss! Was macht die schon wieder? Ich geh hoch! Die hat uns gesehen! Also... Gesehen! Gesehen ist da relativ! Mit ihrem Loch im Herz! Willst du mal versuchen, Gran vorbei zu laufen, vielleicht? Ja! Aber ich glaub, die springt gleich auf dich zu! Verpiss dich! Hure! Die springt gleich! Oder... Ey, ich hab mega Schiss grad! Oder geht wieder durch dich durch und dann ist wieder... Willst du zuspielen? Ach komm, was soll's! Ich lauf jetzt einfach zu der Fotzen hin, hier! Guck mal! Jetzt ist die Fotzen wenigstens weg! Jetzt ist sie bestimmt im Bad! Schau mal ins Bad! Hallo! Bist du im Bad? Nein! Kommst du aus dem Klo? Alter, ich... Wo ist die Hure? Ey, geh mal... Geh mal zu diesem Schlüsseldingsens! Wo der Schlüssel reingefallen ist! Vielleicht kannst du's jetzt... Wer weiß, was die uns da angedreht hat, aber... Offenbar kein Werkzeug! Oder geh nochmal zur Herztür! Die macht mich fertig, diese Frau! War da nicht ne Ausgangstür? Geh da bitte mal hin! Zum Exit? Ja! Das haben wir beim letzten Mal gesehen, da sind wir diesmal noch gar nicht hin... Da sind zwitschern nämlich Vögel hier! Ja, das wird schon Vögel ein bisschen der Jens mal erschrocken! Eigentlich ist es schön! Draußen! Oh, ich hab mega Schiss! Warum hat die Schlampe gekocht? Die machen halt nie die Rollos auf! Deswegen ist es so dunkel da drin! Das ist wahrscheinlich so ne... Das ist bestimmt ne Zockerin, die zockt WoW! Genau! Und die hat ihr Herz und ihren Verstand an WoW verloren! Alter, ich will gar nicht hoch! Vor allem, warum mussten wir jetzt runter? Ich hab keine Ahnung, weil sie da halt stand! Weil sie da halt stand! Wir mussten runter zur Schlampe! Wenn ich um die Ecke gehe, wird irgendwas passieren! Schau mal bitte erst! Wenn ich jetzt um die Ecke gehe, wird irgendwas passieren! Ich weiß es ganz genau! Oh, ich hab so mega... Oh, sie steht da unten, oder? Nein, tut sie nicht! Wir haben jetzt trotzdem keine Schlüsse! Ich geh in die Eins, da steht sie nämlich drin! Okay, sie steht nicht in der Eins, aber sie steht in der Zwei! Kumpstürz her! Kumpstürz her! Kumpstürz her! Ey, passiert ja immer das gleiche! Oh ja, irgendwie... Ich hab gedacht, es ist... Wir sind ein bisschen... Abwechselnder, meinst du? Ja, man muss immer in die Schlampe reinrennen! Geh doch mal bitte wieder runter! Aber ich verstehe nicht so ganz... Jetzt steht die Schlampe einfach vorm Schrank! Wahrscheinlich! Es ist mittlerweile bei mir nur noch die Schlampe! Hey, meinst du? Ja, renn doch mal in sie rein! Irgendwie ist passiert dir nichts! Kumpstürz, ich hab doch schon reingerannt in dich! Komm her, mein Schatz! Ich hab doch schon reingerannt in dich! Es wird mit jedem mal weniger spannend! Jetzt steht sie bestimmt im Klo und man muss reinrennen! Zumindest sind wir nicht mehr alleine, ist doch schön, hm? Wir teilen... Wir haben ne WG! Mit einer kopflosen Frau? Die hat kein Herz! Ich glaub, die steht diesmal im Flur! Nee, doch nicht! Jetzt steht sie bestimmt in den Raum zu... Ja... Ja... Oder in eins! Sie wird mich gleich zu Tode erschrecken, weil sie da steht, aber ich lauf einfach in sie rein! Er ist ja... Irgendwie ist es langsam echt ein bisschen öde! Ja, ne? Geh mal in die zwei! Oh, das steht hinter zwei! Das weiß ich ganz genau! Bla bla bla... Nein, doch nicht! Weißt du was denn? Probier mal die Kopftür aufzumachen! Mach mal die Kopftür auf! Nein! Ich mein's nicht, die Kopftür aufzumachen! Du traust dich grad nicht in die Kopftür aus! Komm, drück mal bitte bei der Kopftür! Was ist die denn? Was ist die Schlampe? Da ist die Schlampe! Da ist die Schlampe! Aber die steht jedesmal woanders, ne? Ja, die steht jedesmal woanders, hey! Hey, hey, hey! Und jedesmal wird's auch ein bisschen härter, glaub ich! Nee, glaub ich nicht! Es ist einfach generell ne dunkle Ecke da hinten, weil da keine Fenster sind! Ja, die steht doch wieder oben! Der Schockmoment war beim ersten Mal schlimmer! Ja, geh doch mal bitte zur Kopftür! Warte mal, die steht doch bestimmt wieder an der 1! Hey, Meister! Komm, steh! Hey, schlampe! Hey, mach steh! Geh doch mal zur Kopftür! Das haben wir jetzt schon so oft gemacht! Ja, da stehst du bestimmt wieder an der 2! Hey, da bist du wieder am Fenster! Willst du mir vielleicht noch irgendwas geben, außer den Schlüssel, den du mir nicht gegeben hast? Die hat mittlerweile wieder Herz, oder? Nee, hat sie nicht! Geh doch jetzt bitte mal zu 2! Äh, zur Kopftür! Hier steht sie im Flur, oder wieder eine 1! Ach, da ist sie ja! Hey! Was machst du denn da? Hey, hey! Na du, Süße! Hey, Schatz hier! Also langsam... Geh doch mal zu dieser scheiß Kopftür! Nein! Ich laufe jetzt so oft durch die durch, bis irgendwas passiert! Da passiert nichts, das siehst du! Da passiert nichts! Okay, aber der dritte Schlüssel ist unten irgendwo! Aber zwei... Oha! Die macht mich fertig! Fotze, geh doch mal weg! Mensch! Du machst mich irre! So, und jetzt? Geh bitte einfach mal runter! Wieder an der 1! Bestimmt wieder an der 1! Wir könnten da ein lustiges Ratespiel daraus machen! Schreib doch mal in die Kommentare mal runter! Und hinter mir, hinter mir! Nein, nicht hinter mir! Aber in der 2! Und hinter mir! Boah! Bin ich gerade erschrocken! Scheiße! Und jetzt? Wie nach eins? Ne, die ist unten! Die ist unten, die Schlampe! Ne, ne! Ich glaub... Die Schlampe... Frauen in die Küche! Guck her! Da ist sie doch! Hey Schätzchen! Möchte mal hier umatmen! Die hat gerade eben geguckt wie man steuert! Da war die sich nicht so sicher! Die war sie nicht! Ach! Ich muss mit dem Peilasten steuern! Deswegen kommt die auch nie so weit! Die steht immer nur! Und dann dreht sich immer so hilflos! So, sorry! Aber wir müssen doch da drin bestimmt irgendwas machen! Es kann nicht sein, dass das komplette Spiel daraus besteht! Geh doch mal zu der Herztür! Geh doch mal zu der Herztür! Einfach diese... Ihr fehlt Köpfchen und Herz! In die Frauen einfach reinzulaufen! Drück, drück, drück! Nicht oben drin! In die Frauen reinzulaufen! Ja, ich... Wir sind immerhin weiter als beim letzten Mal! Und etwas geschockt! Und sie steht oben! Sie steht oben! Mit Sicherheit! Aber als sie plötzlich im Flur war! Da bin ich erschrocken! Das war jetzt! Und du stehst in der 1! Sie steht im Flur! Sie steht hinter mir! Sie steht in der 2! Hier! Da ist sie rechts! Da? Da! Hey! Schätzchen! Die dreht sich gar nicht um! Die ist schon genervt! Was willst du? Oh man! Läuft mich hier ständig auf! Renn mich nicht um, Spasti! Im Flur! Neben mir! Ja, wir wissen... Da ist sie! Ja, wir wissen ja zumindest schon mal... Hallo! Wir wissen ja zumindest schon mal... In welchem... Woher ist es im Flur? Also wo sich der dritte Schlüssel befindet? Hinter mir! Und sie hat auch immer den letzten! Also man muss eigentlich einfach mal mit allem rechnen! Weil mittlerweile wissen wir, sie spawnt entweder in der 1, in der 2 oder unten, oder plötzlich hinter dir! Das Problem ist nur, dass du nicht weißt... Das ist zu hart für mich! Das Problem ist einfach nur... Lass sie mal stehen! Lass sie mal stehen! Lass sie mal stehen! Und jetzt bleib mal im Raum! Warte! Das Problem ist einfach nur... Vielleicht möchte sie dir was zeigen! Wenn du im Raum bleibst und sie nicht ständig umrennst, wenn sie unten ist! Das Problem ist einfach nur, dass du nie weißt, inwiefern sie wann wo steht! Ja! Jetzt steht sie wieder am ersten Platz! Ja, jetzt steht sie wieder da! Ne, doch nicht! Jetzt steht sie wieder irgendwo! Jetzt dreht sie direkt... Ich glaub, die spawnt recht... äh... recht random! Ja, aber Mädchen! Jetzt renn wir nicht ins Rhein, sondern geh runter! Mädchen, du musst mir zeigen, was los ist! Ja, dann geh doch runter! Jetzt schaut sie hier, Schlüssel ist Kopf! Nein, die Schlampe schaut dich an! Ich glaub, die ist ein bisschen verliebt! Aber sie hat gar kein Herz mehr! Die ist eben ein sehr rationaler Mensch! Die denkt mit nem Kopf! Ich geh mal von hinten ran! Ach, Mann! Die hat auf nem... Von hinten! Die hat auf nem hübschen Arsch! Die ist überhaupt sehr... Ähm... Gut gebaut! Rundlich gebaut! Die perfekte Frau! Äh, kein Kopf! Ja, willst du mir jetzt mal was zeigen, Mädchen? Die war bestimmt mal blond! Blonde Menschen sind nämlich dumm! Wusstest du das? Vielleicht kann man denn gegen seinen Rock gucken? Stimmt, die hat immer einen Rock an! Bisschen zerfretzt! Stell dir vor, da kommt ein kopfloser Geist mit so ohne Herz rum und du erstmal mal gucken, ob man da auch noch mal schauen kann! Ja, ich mein, was anderes kann man ja nicht malen wie ein Loch im Herz, wenn sie durchläuft wie wieder der Bildschirm und äh... Ja, jetzt lass sie doch mal stehen und geh einfach runter! Und lauf nicht ständig in sie rein! Dann wird sie etwas sauer, wenn man sie stehen lässt, du kennst doch Frau! Ja, stimmt! Egal! Lass sie jetzt bitte einfach mal stehen, auch wenn sie dann sagt, ach man Schatz, du bist so fies zu mir! Wahrscheinlich ist es sogar das Ziel, ist sie einfach stehen zu lassen, weil dann dich sie so übelst wüten und meint so... Boah! Nein, nicht in sie rein! Du hast gesagt, du bist um 8 Uhr abends zu Hause! Geh jetzt einfach mal ins Baden! Lass sie stehen, lass die Schlampe stehen und dreh dich nicht um! Was schreist du so rum, Mann? Du erschreckst mich mehr als ich mich erschrecke! Weil die Schlampe hinter uns steht! Jetzt dreh dich um! Hinter mir! Achtung, jetzt ist sie wieder hinter uns, ich hab sie gesehen! Hinter mir! Hallo! Komm, gib ihr mal ein Küsschen! So, ich lauf jetzt hierher und die steht wieder hinter mir! Alter, die macht mich! Und wenn ich jetzt hier hinlaufe, und jetzt hier hochlaufe, steht die wieder hinter mir! Nee! Da steht die vor mir! Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder oben! Im ersten? Who knows? Da steht sie! Hinter mir! Im zweiten? Nein, die ist unten! Oh, hallo, Lady! Hallo, hübsche Lady! Was geht? Aber ich hab trotzdem, ähm, weiß ich nicht ganz genau, inwiefern ich jetzt überhaupt irgendwie was machen soll, weil... Ja, dann geh doch mal ins Bad! Oder versuch mal ne Tür aufzumachen! Nee! Probier jetzt mal hier irgendwie... Mensch, du brauchst mich ständig im Weg rumstehen! Langsam nervst du mich ein bisschen, auch wenn du ein Geist bist! Nein! Attention Horror! Wirklich! Attention Horror! Totale Attention Horror! Ja, dann geh doch mal runter! Ja, aber... Nimm sie mal mit! Die ist wie ein Schoßtier! Ja, du brauchst nicht, weißt du... Gibt's nicht! Ja, die... Steht ständig... Die ist mega auf Aufmerksamkeit! Ja, jetzt wieder hinter mir, so, hey, hast du Zeit? Also irgendwie, langsam verfliegt das ein bisschen... Dreh mich um, denkst so, hey, hast du Zeit? Nee, ich hab jetzt immer noch keine Zeit! Ich hab Kopfschmerzen! Schatz! Ich mach mir, mach ich mir einen Kaffee... Geh, geh mal beim Klo rein, weil das dann ist der Schlüssel! Geh ich so, geh so an die Haustür... Stimmt, geh mal zur Haustür! Und, äh, guck so und mir so, hast du Zeit? Ich... Nee! Aber, schau mal, vielleicht willst du ja mit raus, wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Ey, Schatz, komm mal mit! Ich kann jetzt nicht mehr, der vorbei ist, voll die Stalkerin! Doch! Doch, ich hab's gepackt! Mega gut! Ja, dann geh doch jetzt bitte mal ins, ins Klo! Ins Bad! Ja, Bad! Kommst du mit ins Bad? Okay! Ey, schätzchen, kannst du duschen? So! Oh, okay, jetzt passiert was! Jetzt schreit sie! Jetzt macht er mich die Tür zu hinter mir, und sagt so, wow, jetzt sind wir bald im Bad! Dreh dich mal um! Was denn? Damit sie ganz nah an dir dran steht! Und jetzt wieder um drin! Jetzt sind wir im Bad! Jetzt passiert gar nichts! Jetzt zeig ihr doch mal bitte, wo der Schlüssel ist, weil dann kannst du sagen... Hören Sie mal, ich bin der Klempner! Ähm, ich hatte am Problem... Ist ja ein Klempner! Ich war ein Klempner! Und dann hat sie den Kopf, genauso wie den Schlüssel da drin verloren! Nee, die hat den Kopf ins Klo gesteckt und da ist er abgegangen, weil die gedacht hat... Gut, dass wir den Deckel aufgemacht haben! Also, passen Sie mal auf! Jetzt habe ich hier unten nämlich ein Problem, dass mir einen Schlüssel reingefallen... Ich habe ein Problem mit meinem Rohr, könnte ich da mal ein bisschen... Aber wie du es immer vorbei schaffst... Ja, ich bin halt einfach... Ach, hallo! Von hinter mir! Wenn du rückwärts läuft, passiert nichts! Von hinter mir! Ja! Geh doch mal bitte zur Herztür, vielleicht passiert da was! Ich versuch die aufzumachen! Sollst du die zur Herztür nehmen? Ja, versuch die aufzumachen! Bist du hinter mir? Weil die Bitch steht ja da! Geht nicht! Hast du einen Schlüssel? Ja, die Schlampe hat einen Schlüssel, aber die gibt's ja nicht her! Oh, wenn die immer so creepy nah dran steht... Nicht mehr so! Nur ohne Blick! Und dann dreht sie sich immer noch so her! Ich habe mega Gänsehaut! Schau dich das mal an, Leute! Ich habe mega Gänsehaut! Ja, aber es ist doch gar nichts mehr! Ich meine... Du kannst so oft durch die durchlaufen, wie du möchtest... Wahrscheinlich ist das Spiel jetzt vorbei! Die steht jetzt hier auf der Treppe und versucht zu... Die ist einfach auf der Treppe zu packen! Jetzt steht da so... Yeah! Aber... Yeah! Sie macht einen Moonwalk auf der Treppe! Ja! Irgendwie ist die Luft raus, ne? Ich weiß auch nicht! Das habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt! Vor allem das Spiel wurde richtig gut bewertet! Aber... Ähm... Ich meine... Moonwalken... Kopflose Weiber auf der Treppe ist jetzt... Oh! Und... Geil! Wir haben das Spiel geschafft! Wir haben den Geist besiegt! Durch Moonwalken! Die Kraft des Moonwalkens! Michael Jackson, Mann! Vielleicht sind jetzt mehrere Moonwalken... Vielleicht ist das Michael Jackson! Oder es sind mehrere Moonwalken... Hat er sich nicht immer als Frau empfunden? Ne, als Kind! Mehrere... Oh! Sie wieder... Hey, Stalkerin! Was geht? Ein Herz für Stalker! Ja, aber das kann ich doch jetzt nicht die ganze Zeit einfach machen müssen, oder? Das ist doch irgendwie ein bisschen gammelig, Leute! Da ist bestimmt irgendwo wieder ein Schlüssel versteckt! Guck mal über irgendwelche Fenstern! Oder an den unsinnigsten Orten! Da ist es bestimmt wieder! Ja, Wunder im Rock! Aber da ist nichts! Da hast du schon reingegriffen, ne? Äh... In den Regalen auch nichts! Das Video geht vom Horrorbereich in die falsche Richtung, habe ich das gesagt! Ja, ich... Ich war am Anfang noch mega geschockt! Ja, ich habe mich nichts mehr getraut jetzt! Aber... Komm, ich will auch mal die Schlampe reinrennen! Jetzt komm mal weg! Schlampe? Willst du mich heiraten? Komm mal her! Bitch! Ich will dich küssen! Mua! Das ist immer das Problem! Bei eurer Beziehung! Ey, was ist los mit der Weiber? Löscht dich einfach auf! Ey, Schatzi! Schatz! Weil dieser Herzschlag macht mich trotzdem fertig! Schatzi ist weg! Sie ist weg! Weg! Und ich bin wieder allein! Allein, allein! Mit dem Duschhallen kannst du nichts machen! Mit dem Klo kann man nichts machen! Mit dem Ding irgendwie auch nicht! Das geht doch nicht! Was ist das denn? Ey, was ist los mit der Weiber? Ja! Ey! Komm! Wir gehen jetzt einfach mal hoch und fragen die Schlampe ganz freundlich! Achtung! Jetzt gehen wir mal hin! Ich glaube der erste Schritt ist es dann sie nicht schlampe zu werden! So, warte mal ganz kurz! Eins oder zwei? Eins! Eins! Ich denke sie sind eins! Ich sag zwei! Da hab ich grad mal so halb reinguckt! Scheiße! Da steht sie doch! Ey Schlampe! Ey! Wo ist das Werkzeug? Ey! Was ist los mit der Weiber? Oh ey! Komm ich nicht zu nahe! Kann das sein, dass der Schlüssel da drin hängt bei ihr? Ey! Sie hat ihn doch vorhin so genommen! Jetzt Schlampe dreht dich nicht! Ey! Was ist los mit der Weiber? Guck mal! Die hat ihn noch in der Hand! Guck mal! Kannst sie nicht nehmen? Ja da ist er! Ich hause kaputt! So! Ey! Naja das war's nicht! Ey! Was ist los mit der Weiber? Ey! Das spiel nervt langsam! Und da drin ist nichts! Es ist so lame! Geh mal einem Typ! Geh mal ins Zweite! Lame! Ultra lame! Hinter dir ist sie bestimmt! Schlampe? Ne! Man rechnet mittlerweile schon damit so! Ey! Schätzchen! Ich glaube aber das bestimmt wieder irgendwo ein Schlüssel an irgendeiner Wand hängt! Hinter dir! Das lustige ist man hört wie sich die Schlampe unten umdreht weil wir grad über hier sind! Thomas! Ich hab keine Lust mehr! Ich auch nicht! Jetzt ist irgendwie die Luft raus und die steht schon in der Ecke wo sie hingehört um sich zu schämen! Hinter dir! Nein! Die bleibt wo sie ist weil sie weiß wo sie hingehört! In die Ecke! Moment! Ich korrigiere! Sie gehört in die Ecke! Die Ecke gehört sie! Oder wir stellen sie wahlweise auch die Ecke! Das ist praktisch! Die kann man abstimmen! In der Kreuz aus dem Fenster! Romantisches Raum mit! Hallo! Ne! Kein Plan! Ehrlich! Ich weiß nicht wo der letzte Schlüssel sein kann außer in diesem Scheiß Ding wo wir Werkzeug bräuchten! Ja! Aber wir haben kein Werkzeug und die hat ja auch kein Werkzeug dabei! Ja! Die hilft uns ja auch nicht unbedingt! Die hat doch... Jetzt bin ich ausfassend durchgelaufen! Eins hat er zwei! Ich sag zwei! Ich bleib jetzt einfach immer bei zwei! Irgendwann hab ich recht! Ich glaub sie ist eine Eins! Hallermaul! Das war rein zu gehen! Aber ich weiß nicht sie hat doch vorhin hier hingezeigt! Sie hatte hingezeigt ja! Also warte mal! Schlüssel ist wenn du kein Herz und kein Kopf hast! Also ich check das nicht! Musst du dein Herz entfernen? Oder vielleicht musst du erst zu der Kopftür und dann zur Herztür? Probier das mal! Schlüssel ist Kopf slash Herz! Wie man es halt immer hört wenn sie herläuft! Ja aber wie willst du denn bitte Herz... also Kopf durch Herz... Stopp! Geh mal zur Tür! Ach ne dann irgendwann zwei da drauf! Mädchen! Mädchen! Kopf! Mädchen! Ich check auch diese in Anführungsstrichen Tipps nicht hier! Hey! Hey! Das wird laufen! Komm mir nicht hinterher! Ich war nicht! Ich war nicht! Du sollst mir nicht hinterher laufen! Und die war... Dadurch dass sie gerade eben so groß war... Du sollst mir nicht hinterher! Oh cool guck mal! Dadurch dass sie gerade eben so nah war bin ich echt erschrocken! Ich hab nichts gesagt du sollst mir nicht hinterher auch! Ne aber wirklich! Ich versteh's nicht! Die läuft einem jetzt hinterher! Schön und gut! Jetzt habe ich sie sogar von einer in die andere Etage gelockt! Kommt die mir auch wieder hinterher! Ja! Aber ich kann die auch nicht zum Klo locken! Also ich hab sie jetzt sogar... Die macht gar nichts ne? Frag sie doch mal ganz freundlich ob sie die Herztür aufschließt! Willst du mal die Herztür aufschließen Schätzchen? Drück mal F wie Fragen! Fragen und Antworten! Ein FAQ! Questioning! Ja! Questioning! Vielleicht ist sie sauer weil ich die ganzen Schubladen aufgemacht habe! Ja wahrscheinlich! Du hast ihre Küche verwüstet! Eben! Das ist normal! Ich werde auch sauer! Ihr Arbeitsplatz! Ja! Ja! Sag mal! Nicht mal in Ruhe pissen kann man! Ich würde sagen wir gehen dann letztes Mal durch sie durch! Ja! Und beenden damit dann dieses... Und... Hiermit... Mit diesem... Lassen wir dann das Bild wieder wegfliegen! Und... Ja! Und damit... Weg! Jetzt sind wieder wir hier! Das ist schön! Ehrlich! Ich check nicht so ganz was wir jetzt genau zu tun haben! Ähm... Wieder... Ich weiß nicht! Warum sind Horrorspiele bei uns immer so ein Fail hier? Das gibt's nicht! Wir schaffen es einfach nicht durchzuspielen! Das war bei uns wieder jetzt genauso! Ähm... Wobei wir haben uns diesmal echt ein paar Mal schön erschrocken! Und ich hatte richtig Schiss! Am Anfang! Aber als du dann gemerkt hast, dass es immer das Gleiche ist, dann war es wieder immer das Gleiche! Ja vor allem nachdem wir 20 Mal durch die Durchrennen haben, wir müssen einfach ganz oft durch die Durchrennen! Das muss die Lösung sein! Und dann ist uns die Schlampe nachgerannt und irgendwie... Das hat zwar auch wieder Angst gemacht! Aber sobald die diesen Schoßhündchen-Effekt da erzielt hat, war es vorbei! Mit Angst! Also Fazit! Geile Atmosphäre! Ja! Wirklich super! Und ich glaube es hat auch Potenzial! Aber wenn man nicht checkt was gewollt ist... Vor allem... ...einfach eben einen Schlüssel nicht findet, der einfach mega unfair versteckt ist! Wir haben es ja eben schon mal ein erstes Mal probiert und da haben wir... Da sind wir eine halbe Stunde auf der Suche nach diesem blöden Schlüssel... Der Schlüssel, der überm Fenster hing! Wer weiß, warum man den da aufhängt! Und jetzt brauchen wir einen dritten Schlüssel und den finden wir auch wieder nicht! Und keine Ahnung! Ich meine, irgendwo ist halt der Horror raus, wenn das Versteck sucht... Ich finde man muss da irgendwie ein bisschen durchhetzen auch! Dass immer wieder was passiert und dann ist es Horror! Aber so ist es! Ich finde es cool, dass wir ein neues Haustier haben! Und das Shirt finde ich auch sehr cool! Ja! Gut! Also in diesem Sinne, wir lassen die jetzt mal ein bisschen hinten und her laufen! Vielleicht seid ihr auch noch ein bisschen erschrocken! Wir führen die jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Gassi! Und zeigen ihr die schöne graue Welt! Ja! In der sie lebt! In der sie lebt! Komm! Komm her! Und damit verabschieden wir uns! B-B-B-B-B-B-D-E-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-N-A-D-X!